Emi, ich bitte dich, halte bei dieser Folge deine Schnauze. Amüsiert mich wirklich, dass er einfach so unnormal, teuflig Spaß hat. Diese Musik, als ob das einfach ein Horror-Movie wäre. Ist das gerade sein erstes Spiel? Habe ich das jetzt gerade richtig verschönt? Das ist sein erstes Spiel? Ich verstehe das eigentlich. Gott verdammt der Scheiße. Hier leidet man ja richtig unter Schmerzen. Was ist das? Alles klar, das tut weh. Das... Oh fuck. Nein, was habe ich gesagt? Willst du mich verarschen? Willst du wirklich deinen kompletten Körper kaputt machen? Alter, selbst deine Freundin habe ich dir weggenommen. Ich hasse dich so sehr. Aber du bist gerade nicht besser. Du zerstörst deinen ganzen Körper. Ich schwöre, du landest noch im Rollstuhl. Mein Gott, wie süß. Kuroko, du hast dich aufmerksam gemacht. Das hätte ich nicht gedacht. Oh mein Gott, das ist so süß. Jetzt lege ich dir los. Komm schon. Oha. Kiesel, mein Respekt hast du. Bitte, mach den Tipp fertig. Amy, ich lasse dich nicht raus. Tut mir leid. Bitte leg dich hin und sei einfach leise. Wir können gleich spazieren gehen, ja? Oh. Dieses Gesicht wollte ich sehen. Das ist der Kiesel. Mein Hund macht sich Sorgen, weil ich hier die ganze Zeit am Schreien bin. Amy, tut mir leid. Amy, guck mich. Oh, mein Wecker klingelt. Amy, sei leise. Schon sind wir wieder bei der Hälfte. Wie schnell geht das bitte? Ey, das ist so, erste und zweite Staffel auch mega schnell immer die Folge. Das ist eigentlich scheiße. Bitte. Hör auf, okay. Komm schon, komm schon. Du schaffst das. Du schaffst das. Komm schon, verfall in Panik. Verfall in Panik. Wenn du jetzt noch grinst, dann... Oh! 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 Amy, sei leise. Bitte, jetzt sei leise. Amy, bitte, sei leise. Halt die Klette. Alter. Er redet, er redet. Oh, mein Gott. Hört, ihr habt ja voll die süßen Augen. Hört, ihr habt ja voll die süßen Augen. Ich habe in der ersten und der zweiten Folge, habe ich die Brille nicht getragen. Und jetzt trage ich sie und er ist einfach so wunderschön. Du kommst nicht gegen Ankashira. Oh, mein Gott, er legt sich mit Ankashira. Nein. Nein. Was? Nein. 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 Oh, ich wusste es. Ich wusste, dass er richtig unfair spielen würde. Ich, er... Ich habe nur darauf gewartet, dass er anfängt zu faulen. Ah, stimmt ja. Ah, das habe ich ganz vergessen. Er hat ja Fußschmerzen. Wie konnte ich das so schnell vergessen? Der Nut, ja, ist trotzdem faulen, aber fick dich. Oh, mein Gott, er dreht durch. Er dreht durch. Er konzentriert sich nicht mehr. Und er macht den Pumskies. Er macht den Pumskies. Er ist nicht konzentriert. Ah, die ganze Mannschaft ist am Arsch. Komm, schau. Ja. Oh, mein Gott, ihr seht. Oh, mein Gott, ihr seht. Das ist so süß. So schrecklich. Oh, mein Gott, ich bin gerade richtig glücklich. Immer, wenn die rausgehen, passiert etwas. Oh, fuck. Oh, nice. Oh, das sieht man gerne. Oh, shit. 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 Ah.